So, herzlich Willkommen zu der letzten Folge von Warhammer Wermann Teil 2, ähm, Händlerbezirk, dann machen wir mal die letzte Mission. Auf geht's. Hey, ich werde weggestoßen. Was ist das? Du hast eigentlich etwas in dir gehabt. Na, don't get carried away. There's plenty more to shoot. Kann ich hier einfach drauf? Juuuund... Ein Foliant. Ah, wo bin ich? Ich hab einen Folianten gefunden. Yay. Cool. Gleich am Anfang von der... Aber jetzt blöd ist, jetzt kann ich halt keinen Trumpen... Naja. Er hat schon nicht brauchen. Mach da gleich runterspringen hier. Naja. Gibt's da noch? Ich glaube, ich hab noch keinen einzigen Kill gemacht. Ich bin aber auch... Ne, weil vorhin auch auf jeden, den ich verhauen hab, kamst du... Irgendwie von hinten sind's immer schon... hast du mit deinen langen... Helebarde da rumgehauen. Ja, wieder nicht. Ich muss auch Fleisch reinhauen. Oh Gott. Oh, viele. Was war das das? Wow. Oh, oh, oh. Welche fetter. Denk an die, ähm... Ding, Spezialfähigkeit. Hab ich schon gemacht. Oh Gott. Loll, Alter, ich... Ich blocke hier und... Ich glaube, ich schau. So. Oh. Oh shit. Kleinfuß hinter uns. Oh fuck, hin uns, hin uns, hin uns. Oh. Fert. Fick hier. Lassen wir mal die Treppe kurz hochgehen. Ich schieße mal bisschen mit. Waaah. Geht auf mich. Geht hier hinterher. Nein, die auch. Anerwischt. Nochmal. Ja, perfekt, Alter. Komm. Der hat irgendwas. Was macht sich hier da unten? Weiß ich nicht. Die. Chill dir neben. Nein, die sind ja. Nein, die sind ja. Da ist es, leh. Da sind viele Glocken drin. Geil. Ey, dass die immer so reden müssen, das nervt mich. Er macht das auch bloß, weil sie Bendaker das spielen. Ich glaube, ich muss da irgendwas drücken, ja. Mich nervt das ehrlich gesagt immer dieses, diese blöden Sprüche da, die nicht lustig sind. Boah. Was kommt da jetzt raus? Entgegner. Ich glaube, wir müssen da ja rein, oder? So habe ich das verstanden. Ey. Ach, da kommt bestimmt was raus, bevor wir da reinkommen. Guck, das sieht doch aus wie ein Schlachtfeld hier. Ja. Ah, hier geht's wieder runter, ok. Ich quere das Skeletor. Boah. Oh, das ist hell. Ach ja. Oh, was war da hinter mir? Hä? Wo sind wir denn jetzt? Graf so schön aus. Graf so schön aus. Hööö. Loli Karrier, die Rotsch. Boah. 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 Das ist toll. Oh, das ist cool aus, das Lager, das ist der Kriegslager. Das muss nicht. Boah. Stimmt. Müssen wir jetzt in das Lager gehen? Glaub nicht, oder? Ne. Oh, die halten viel aus. Stipp. 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 Loli, die KI, ey. Man macht irgendwie gefühlt immer den Schaden, da kommt die KI von hinten, schieß einmal drauf. Ja. Das ist so lustig. Und am Ende hast du trotzdem du 200 Millionen Kills und ich 4 und die KI 50. Du bist jetzt so viele Elite-Dinger gekillt? Wie viel hat irgendwie die KI alles gekillt? Ich halbiere immer die Leichen noch. Das ist wichtig. Das ist... Oh Mann. Ich werde auch voll zu. Wow. Alter. Ich werde jetzt bei der Runde gesprungen. Ich auch. Oh. Oh, das war's. Oh. Oh, der ist noch einer. Oh. die macht teilweise so manchmal stehe ich da echt schwach da besser sich die kiste öffnen laufe richtig das ist so lustig du bist hinter mir ich sehe die vor mir ich will schlagen und dann sehe ich die schon wie sie umkippen aber ich sehe nichts ich sehe nur wie sie umkippen plötzlich weil du so knapp hinter mir bist und zwei sekunden früher draufschlägst mit deiner langen waffe da das eisig kann ich auch nicht ja aber ich komme nicht hin ich muss näher ran also oder ich denke halt dass ich wollte ich jetzt schon mal ich habe das nicht so ein gefühl was ich da muss darauf vorher gemacht ja wo ich bin hier verkehrt ich habe keine ahnung ich dachte nicht hier geht es weiter klar da kommt eine ganze patrouille und jetzt bin ich ganz alleine scheiße scheiße kopf ist wieder da ja ich kann außenrum zurück wenn ich hier hochstehen kann ich komme hier nicht mehr hoch ich sterb ja lauf doch einfach alle wie weit ist der weg aber den einen mache ich noch fertig ja stirbt mutterfucker holi schock wort das leben zum glück haben wir jetzt auf rekrut gespielt weil sonst wäre ich jetzt echt tot gewesen ja gut dann wäre das halt so ja nicht schlimm dann mache ich vielleicht mal ein zwei mehr so wahrscheinlich habe ich davon jetzt eingekillt so ich glaube im spiel könntest du auch nur mitrennen ne also ich glaube du müsstest gar keine kills machen ist das die kai eigentlich alles regeln ich komme gar nicht mehr hin da kommt ein digger ja wow wow warte wo ist er wo ist er denn wo ist er denn ich gehe voll ab hier loll he loll soil ist eben geworden irgendwas eckliches ich glaube ein hartmüch jetzt erst es geht auf das tor auf ja dann kommen nicht rein das war schon nicht gehört haben alter ich hasse euch so das waren keine mannschutz ich habe sie nur ich hab da gespräch schon mit Fick zu fallen oh was 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 oh ok lol er hat sich das jetzt oh ne Mist da ist so ein fetter ja wenn dich so ein Typ mal da packt dann musst du doch mit Leuten unterwegs sein ist da was drin? oh die GKI wieder beliebte ich ja hier ist nichts drin, geil ah zack hmmm 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 mhmh, geht es hier runter? weiss gar nicht wo ich bin nicht mehr irgendwo runter gefallen und dann waren da Gegner und dann war halt... hier ist ja ganz woanders hingelaufen wahrscheinlich komm ich da runter Hi Ich hab noch Arter gekillt Da ist noch irgendwie so ein Gas... Oh, da kommt wieder Ja, ja, kommt leider von uns, ah, ist ja gut Oh, da la Blut, blut, blut Everywhere blut Ja, wo läuft sie jetzt schon wieder hin? Ich versteh das nicht Ja, du bist irgendwie, glaub ich, falsch gegangen, oder? Ich glaub, jetzt muss ich hier eigentlich weitergehen fahren Von da komm ich doch gerade Ja, weil du runtergesprungen bist Normalerweise Du bist, glaub ich, hier weitergehen Und hier wieder runter, das ist auch Ja, ich... Oder kommen wir da her? Ich bin grad... Ich glaub, von da kommen wir da hinten Neee... Es kommen immer noch Gegner zu scheinen, wie wir das versuchen Ey, komm, es muss immer wieder... Entschuldigung... Entschuldigung... Ah, seid ihr jetzt da richtig? Neee, nee... Nee, ja gut, ich geh jetzt da im Moment da lang Waaah... Fuck... Okay, warte, dann gehen wir hier einfach nochmal hoch Hier geht's doch lang, oder? Äh... Vorsicht, in deine Richtung kommt grad so'n... Äh... 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 Ja, das sah mehr aus, wie es glücklich war Ja, das war die ganz schwachen Viecher, oder? Ja, wenn da jetzt ein Chaos-Krieger drin gewesen wäre, wär ich am Arsch gewesen Joa... Joa... Ach, das sind wir ja schon Geil! Oh, da... Oh, da... Oh, da... Oh, da... Oh, da... Oh... Oh... Oh, die Sprüche sind echt schlecht... Ja, ja, das habe ich ja vorhin gemeint und wie ich... Na ja... Das hält sich sehr an Grenzen... Sabotiere die Generator... Was heißt, sabotieren? Einfach drauf, weil ich nicht rein... Ja, ja, ja... Haha... Warte rein... Oh, da... Oh, da... Oh, da... Oh, da... Oh, da... Ich füge... Ich füge... Eh... Es ist ein Sakas hier... Ja... Ja... Ich füge... Ich füge... Ich füge... Ja, doch... Ich füge... Jetzt kommen wir hinterher... Ja, ich mach das Thema kaputt... Ja, ja... Mach mal... Wenn das wirklich die Abschlussmission wäre... Dann... Ja... Dann war die eigentlich... Ach so, ich weiß noch... ob da jetzt noch ein Bosskampf oder so? Der muss doch auch auf den Bosskampf kommen, weil der eine da, da war jetzt echt schlecht. Ja, der war auch wirklich schwach. Bestimmt leider. Ja doch, wir müssen ja wahrscheinlich gegen diese Bossrate jetzt mal kämpfen oder so. Oder wenn wir halt durchs Tor durch sind. Alter, ich krieg's noch nicht so. Das kann ich den ganzen Tag machen, komm da rum. Da, ich muss mich noch kurz aufbinden. Hä? Hat uns gerade was eng gesammelt? Ja. Ich hab mich grad gehalten, die Hand weggelegt und das hatte ich wieder. So, okay, das geht. Da bin ich ja ganz am Anfang so. Oh, da kommen richtig viele. Auch wüsste Kills sammeln, oder? Cool, es gibt eigentlich überhaupt keine Punkte bei meinem Kill. Naja, irgendwie. Dann gehen wir lieber nicht, dass wir jetzt noch Leben verlieren, wenn wir dann... Ja, komm, gehen wir noch rein. Shit. Auf. Einmal draufkacken. Hm. Ich vergesse noch mal zu gehen, ich denke immer, dass das so automatisch geht. Oh, ja. Das Götter-Tor. Durch dieses fette Tor kommt jetzt irgendein Ende auch so. Ja gut, das haben wir vorhin auch schon gedacht, weil jetzt sind wir ja wieder hier. Ja. Da oben ist einer. Oben links. Ja, das ist der Moskopf. Wow. Wow. Hahaha. America, fuck yeah. Hahaha. Oh, dann haben wir mal das... Wow. Aua. Oh. Shit. Ich werf die Bombe jetzt lieber noch nicht. Ich warte mal ganz kurz. Aua. Ich warte immer noch drauf, dass dann irgendwie noch eine fette Welle kommt, weil dann halt... Wow. Ja. Und Bombe rennt. Aua, warum rennt der immer auf mich? Ich bin jetzt halt weg von dem. Wow. Holy moly fucking shit. Aua. Aua. Geil. Ich hitte gerade richtig ran, weil ich hinter ihm stand. Perfekt. 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 So ein Waffen hier. Geil. Oh, der ist schon tot. Ist dann das da in den Schiff. Dann nennen wir die 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 Schiff. Warte. Oh shit. Aua. Aua. Die Schiff. Nein. Jawoll. Jawoll. Wow. Der hat voll zerrissen gerade. Oh, das sind viele... Aua. Ich habe das Gefühl, dass ich die Bombe vielleicht lässt. Oder auch in die Katastrophe. Ach so, die hauen halt ab. Die hauen halt ab. Die hauen halt ab. Die haben alle Angst, weil wir... Boah, es gekrillt haben. Oh man. War es das du? Nee. 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 Müssen wir jetzt noch raus aus der Höhle und dann... Wo ist das wahrscheinlich? Haben wir auch geschafft. Yes. Ey. Die treffe mich noch an. Scheiße. Das war... Ich muss erst mal einen Fahrstuhl benutzen. Sollen wir das in den Brandfall nicht machen? Naja, hier bremst es ja nicht. Oh geil, ich so schnell. Ja ist. Ich schaue mal wieder nach oben. Geil. Oh, die fette Kette. Ich weiß nicht. Mal durch. Oh. Ich komme. Ach so wir sind schon da. Oh, da komm. Das ist Vielfälzer, oder? Hey, die Stadt. Geil. Äh, lolly. Toll, wie gerufen. Wie gescriptet, meine Fresse. Ach, hier ist schon ein Ende. Na ja, der Bosskampf, der war jetzt so... Da hatten wir eigentlich damals mal schwierigere Bosskämpfe. Ja, ich weiß noch, also wir haben es einmal... Ah, gut, da haben wir noch auf normal gespielt, ne? Glaub ich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war der, wo wir einmal so oft verreckt sind. Zweimal, glaube ich. Ja, genau. Da haben wir dann umgestellt. Ein Voliard. Haben wir auch gefunden. Ja, die ganze Runde hatte ich hier dabei. Konnte mich nie halten. Sauerei war das. Oh. Safe der Soldaten. Truhe erhalten. Was? Ne. Bei der letzten Mission hast du es geschafft. Ja. Ja. Ne, die eine Zeit, wo du mich abgehängt hast, da bin ich nur noch hinterher gelaufen, ne? Killed. Geil. Wo ich zwischenzeitlich mal allein war. Mein Lebensziel ist erfüllt. Bei der letzten Mission hast du es noch geschafft. Glückwunsch. Du Mist. Jetzt hast du das Spiel noch gut in Erinnerung. Ich habe wirklich mehr Kills wie er. Ich habe wirklich mehr Kills wie er. eingefordert. Inhalte zum herunterladen. Belohnung abholen. So. Jetzt steht über dieses Inhalt zum herunterladen. So. Belohnung abholen. Okay. Was haben wir denn da bekommen? Hab ich jetzt gar nicht erkennen können. Ich krieg richtig viel gerade, ey. Da haben wir aber noch irgendwas. Ach da. Ja. Das war's genau. So. Jetzt haben wir noch richtig viele Truhen bekommen hier. Oder was heißt vier. Ich habe auch viele bekommen. Nur Talismanne. Schmuckstelle. Oh. Das sieht sehr. Römisch aus. Letzte Truhe. Mhm. Das ist mein Schwert. Jo. 103. Oh. 11. 11. Oh. 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 Ja. Dann haben wir dort da noch was. Ja. Und da. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Aber das Spiel ist wirklich darauf ausgelegt, dass man die Missionen sehr oft hintereinander spielt. Immer wieder. Immer wieder. Weil unser Level ist echt noch gering, ne? Ja. Eigentlich schon, ja. Ne. Das ist halt echt so gemacht. Dass man immer nach besserer Ausrüstung eigentlich dann hofft. Und immer schwieriger. Na ja. Gut. Ich muss sagen. Das Spiel war okay. Es war jetzt nicht der Burner, den ich ein bisschen erhofft habe. Ich habe ein bisschen mehr Action erhofft. Ähm. Was heißt mehr Action eigentlich? Das ist ja nur... Das ist das Ding es hat. Ja. Mir hat irgendwas gefehlt. Sehr gut. Ich habe einen Fehler gemacht. Und bis alle Menschen sind, kann ich zurück. Okay? Oh, nicht wirklich. Wir haben jetzt die letzte Mission gemacht und... Und die war mega easy. Ne. Und jetzt ist man einfach wieder in diesem... Ich nenne es einfach mal Unterschlupf und... Ja. Ja. Irgendwie kein so... Irgendwie so eine Zwischensequenz. Man merkt es nicht mal, dass es die letzte Mission war. So richtig. Ja, irgendwie die Story erkennt man halt nicht, weil... Ja gar nicht. Es ist ein Map of Story ausgelegt. Es gibt schon eine Story, aber die ist halt nicht... Ja, sehr nebensächlich. Ja, sehr nebensächlich. Man geht halt in der Mission, haut die ganze Zeit drauf. Genau. Einfach ein Kloppspiel. Ja. Es macht schon... Es ist so... Es ist halt wie Left 4 Dead, aber in Left 4 Dead fand ich die Story... Ja, da gab es eine ordentliche Story. Ja, ich weiß nicht. Spiel... Für Zwischendrin... Für Zwischendrin... Ja, genau. Zwischendrin... Aber ansonsten... Ist jetzt nichts besonderes. Also es wäre so, ich dachte mir kein DLC oder so Kaffler. Ähm. Hat mich nicht weggehauen. Ja. Das war aber das Ende vom Let's Play. Das war jetzt die letzte Mission. Ähm. Schauen wir mal, was als nächstes kommt. Für ein Let's Play. Das weiß ich noch nicht. Da muss ich mich noch entscheiden. Und... Irgendwas geiles halt, oder? Ja. Was heißt geil? Das ist immer Ansichtssache geil. Andere finden das Spiel auch ultrageil. Die feiernde Spiel. In der Tat. Ja, ja, ja. Das sind wieder die Geschmäcker, ne? Aber ich muss halt für jeden Geschmack irgendwas bringen. Immer wieder mal. Hä, was hast du denn jetzt gemacht? Ich habe einen Stundkreis umgedritten. Hm. Was geht denn irgendwas? Das ist nicht so schlecht. Ja. Na ja. Ich höre jetzt einen Ticken. Ja. Hopp. Hopp. Ja. Also ich bedanke mich bei allen, die bis jetzt drangeblieben sind, die alles angeschaut haben und ähm, die auch auf meinem Kanal bleiben. Cool von euch. Freut mich. Und von Skull und mir kommt auch immer wieder mal was. Also eigentlich regelmäßig immer. Ja. Bis dahin. Ja. Bis dahin. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim weiterspielen. Und bis zum nächsten Let's Play. Tschaui.